ich bin ja hier gerade auf dem instagram da auf mein da fällt mir auf da sind ja einfach noch nicht zu viele bilder ich bücke mal auch von mir und mein neues profil ansonsten muss ich mal schauen vielleicht auch beim fotokurs bei ihnen dass man dann vielleicht mal leichte optimierungen vornimmt an meinem gesicht so